An einer renommierten Universität kommt ein Student erneut zu spät zum Unterricht des angesehenen Professors Philippe. Was zunächst wie ein weiterer routinemäßiger Tag erscheint, verwandelt sich schnell in einen Moment der Spannung, als der Professor beschließt, den Schüler vor allen Kommilitonen zur Rede zu stellen. Die Antwort des Schülers jedoch offenbart ein schockierendes Geheimnis, das alle im Raum neugierig und fasziniert zurücklässt. An einer bekannten Universität war Professor Philippe als ein Modell der Exzellenz und Disziplin bekannt. Sein Ruf war unantastbar und spiegelte seine Ernsthaftigkeit und Hingabe an den Unterricht wider. Die Studenten bewunderten ihn wegen seiner Präzision und Strenge, und viele strebten danach, die Standards zu erreichen, die er mit solchem Eifer vorlebte. Doch hinter den Lobeshymnen und dem Respekt schwebte ein Schatten über dem Ansehen von Professor Philippe, Thomas. Seine ungepflegte Haltung und sein scheinbar lässiges Verhalten standen im krassen Gegensatz zu den akademischen Standards, die Philippe schätzte. In jeder Vorlesung stellte Thomas die Regeln in Frage, indem er nach Vorlesungsbeginn eintraf, die Harmonie des Raumes störte und die Autorität des Professors herausforderte. Seine mangelnde Pünktlichkeit war nur eines der Probleme, die allmählich zu einem ernsten Anliegen wurden. An einem angespannten Tag konnte Professor Philippe seine Frustration nur schwer verbergen und tadelte Thomas erneut für seine verspätete Ankunft. Was eine gewöhnliche Vorlesung sein sollte, verwandelte sich bald in eine öffentliche Konfrontation, als Philippe, getrieben von seiner unbestreitbaren Autorität, beschloss, den jungen Mann vor seinen Kommilitonen zur Rede zu stellen. Und so, in dem stillen Klassenzimmer, stellte Professor Philippe seine Frage, ohne die möglichen Gründe für Thomas' herausforderndes Verhalten zu kennen. Thomas, kommst du absichtlich zu spät, um meine Geduld zu testen? fragte Professor Philippe mit ernstem und fragendem Blick. Der Schüler überlegte einen Moment, bevor er antwortete, Professor, ich komme nicht absichtlich zu spät. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich möchte wirklich pünktlich sein. Thomas' Antwort hinterließ eine offene Frage, einen Zweifel nicht nur für Professor Philippe, sondern für alle im Klassenzimmer. Was steckte wirklich hinter Thomas' ständiger Verspätung? Das Rätsel lag in der Luft und weckte die Neugierde aller Anwesenden. Es gab Tage, an denen Professor Philippe nicht zum Unterricht an der Universität erschien. Bei einer dieser Gelegenheiten, als er mit dem Auto durch eine Straße in seinem Viertel fuhr, sah er Thomas, wie er hastig sein Haus verließ, nur wenige Minuten vor Beginn des Unterrichts. Neugierig stellte Philippe fest, dass Thomas in der Nähe seines eigenen Hauses wohnte. Diese Entdeckung veranlasste den Professor anzunehmen, dass der Schüler absichtlich Zeit vertrödelte, um das Haus zu verlassen, oder, noch schlimmer, absichtlich zu spät zum Unterricht kam. Thomas war ein junger Mann von nur 20 Jahren, der dafür bekannt war, eine der besten Noten bei seinem Eintritt in die Universität erzielt zu haben. Sein hervorragendes Abschneiden im ersten Jahr hob ihn ebenfalls als vielversprechenden Schüler hervor. Doch etwas hatte sich dramatisch verändert. Der Schüler hatte begonnen, im Unterricht einzuschlafen und kam ständig zu spät. Diese Verhaltensweisen begannen den Professor zu stören, der ihn häufig tadelte. Doch selbst angesichts der Ermahnungen beharrte Thomas auf seinem neuen Verhalten. Der Gesichtsausdruck des Schülers verriet eine latente Beklommenheit, aber er zögerte, mitzuteilen, was los war. Der Professor bemerkte diese Angst in seinen Augen, doch die Barriere des Schweigens schien unüberwindbar. An einem gewöhnlichen Tag, als Professor Philippe die Straße entlang ging, stieß er auf Thomas in einer Szene, die seine Neugier weckte. Der Schüler war in Begleitung eines Jungen im Rollstuhl und verabschiedete sich von ihm, bevor eine Frau das Kind ins Haus brachte. Der Anblick löste eine Reihe von Fragen im Kopf des Professors aus. Diese kurze Beobachtung brachte eine unbekannte Dimension in Thomas' Leben. Am nächsten Tag beschloss Professor Philippe, Thomas anders anzusprechen und neu zu überdenken, dass das Verhalten des Schülers nicht das Ergebnis von Nachlässigkeit oder der Absicht war, Verpflichtungen im akademischen Bereich zu vernachlässigen. Beim Verlassen des Klassenzimmers zu einem günstigen Moment nutzte Philippe die Gelegenheit, die Zufälligkeit zu erwähnen. »Ich habe dich gestern gesehen«, kommentierte er beiläufig, während sich die Schüler zerstreuten. »Du wohnst in der Nähe, nicht wahr?« Überrascht fragte Thomas, »Wirklich?« »Wann haben Sie mich gesehen?« Philippe erklärte, dass er bemerkt habe, wie Thomas am Vortag hastig den Raum verlassen hatte. Angesichts dieser Offenbarung klärte Thomas auf, »Ach so, dann müssen Sie mich mit meinem kleinen Bruder gesehen haben.« Dieser einfache Wortwechsel nahm etwas von der Anspannung zwischen Lehrer und Schüler. Philippe bemühte sich darum, den Schüler, der ihm bis dahin ein Rätsel geblieben war, besser zu verstehen. Die subtile Veränderung in der Dynamik zwischen Lehrer Philippe und Thomas öffnete die Tür für ein persönlicheres Gespräch. Diese Gelegenheit nutzend, beschloss Philippe, nach Thomas, Bruder und dessen Alter zu fragen. In diesem Moment spürte Thomas, dass er die Wahrheit über die Gründe für seine Verspätungen mitteilen konnte. Er begann mit einer Mischung aus Verletzlichkeit und Aufrichtigkeit. Herr Professor, entschuldigen Sie bitte meine Verspätungen und das Einnicken während des Unterrichts. Manchmal komme ich zu spät, weil meine Mutter, die sich um meinen Bruder kümmert, während ich in der Uni bin, auch zu spät von der Arbeit kommt. Ich kann ihn nicht alleine lassen. Philippe, überrascht und nun bewusst über den Grund, fragte, warum Thomas diese Situation nicht früher mitgeteilt habe. Die Antwort des jungen Mannes war von Ehrlichkeit geprägt. Herr Professor, ich zögerte, es zu erzählen, weil ich befürchtete, es könnte als ausgedacht erscheinen. Also dachte ich, es wäre besser, diese Angelegenheit nicht zu erwähnen. Thomas war von Natur aus ein zurückhaltender und schüchterner junger Mann. Angesichts der Umstände entschied er sich, keine Erklärung abzugeben, obwohl er wusste, dass seine Handlungen als falsch interpretiert werden könnten. Seine introspektive Art und Angst, missverstanden zu werden, führten dazu, dass er schwieg und mögliche Urteile über die Komplexität seiner persönlichen Situation miet. Doch in einem Moment der Nähe, ermöglicht durch den individuellen Ansatz des Lehrers, fühlte sich der junge Mann bereit, die Wahrheit zu teilen. Er begann zu erzählen, dass er die Verantwortung für die Pflege seines jüngeren Bruders Lukas übernommen habe, während die Mutter bei der Arbeit sei. Lukas, erst neun Jahre alt, litt an einer fortschreitenden degenerativen Krankheit, einer Muskeldystrophie, die sich kürzlich erheblich verschlechtert hatte. Die Mutter und Thomas teilten sich die Pflege, Thomas übernahm die Nacht und den frühen Morgen, während die Mutter sich tagsüber kümmerte. Während der Nächte quälten intensive Schmerzen den schwachen Körper von Lukas. Thomas, bewegt durch Liebe und Notwendigkeit, stellte sicher, an der Seite seines Bruders zu sein, ihm Komfort und Unterstützung anzubieten. Dies erklärte, warum der Schüler manchmal während des Unterrichts erschöpft wirkte, er konnte einfach nicht angemessen ruhen aufgrund der Fürsorge für seinen Bruder. Mit einer von Emotionen erfüllten Stimme offenbarte Thomas etwas tiefgründiges Philippe. Professor Philippe, wissen Sie, warum ich mich für Physiotherapie entschieden habe? Wegen meines Bruders, ich möchte lernen, ihm so gut wie möglich zu helfen. Die Emotion erfasste Philippe, als er die harte Realität erfuhr, der der junge Thomas entgegentreten musste, und seinen unermüdlichen Einsatz, das Studium zu absolvieren. Die bedingungslose Liebe, die er für seinen kleinen Bruder empfand, war greifbar und durchdrang jede Faser seines Seins. Thomas, mit vor Entschlossenheit leuchtenden Augen, sprach mit einer von Hoffnung erfüllten Stimme zum Lehrer. Professor Philippe, ich glaube fest daran, dass mein Bruder sich verbessern wird, dass er geheilt wird. Sein unerschütterlicher Glaube an die Genesung von Lukas spiegelte sich in jedem Wort wieder und zeigte die innere Stärke, die ihn antrieb, die Herausforderungen mit Mut und Optimismus zu meistern. Der junge Mann trug die Last dieser Realität seit seiner frühen Kindheit, als er erlebte, wie sein Bruder unendliche Behandlungen, Konsultationen und Therapien durchmachen musste. Diese Erfahrungen prägten seine Lebensperspektive zutiefst. Er erkannte, dass er ein aktiver Teil der Reise seines Bruders sein wollte, ihm auf bestmögliche Weise zu helfen. Sein Traum war es, ein Studium der Physiotherapie aufzunehmen, ein Ziel, das von dem Wunsch genährt wurde, die Einschränkungen, denen Lukas gegenüberstand, zu verstehen und zu lindern. Sich der Möglichkeiten bewusst, die seine Heimatstadt, eine Metropole voller renommierter Bildungseinrichtungen, bot, strebte Thomas an, dieses Umfeld als Werkzeug zu nutzen, um seine Ziele zu erreichen und einen Unterschied im Leben von Lukas zu machen. In jenem Moment der wahren Verbindung zwischen Schüler und Mentor verspürte Philippe den aufrichtigen Wunsch, Thomas zu helfen. Nach dem aufschlussreichen Gespräch verabschiedete er sich von dem jungen Mann, doch die Sorge um Thomas' Situation halte weiterhin in seinen Gedanken nach. Philippe war nicht nur ein Professor an der Universität, sondern auch ein angesehener Mentor in einer Rehabilitationsklinik. Seine Rolle in dieser Klinik beschränkte sich nicht nur auf die Unterrichtsstunden an der Bildungseinrichtung, er war Teil eines bemerkenswerten Teams qualifizierter Fachleute, die das Engagement teilten, Rehabilitation und Wohlbefinden zu fördern. Bewusst um die außergewöhnliche Qualität des Klinikteams dachte Philippe darüber nach, die verfügbaren Ressourcen und Kenntnisse zu nutzen, um Thomas und seinem Bruder Unterstützung zu bieten. Der Wunsch zu helfen ging über die Rolle des Mentors im Klassenzimmer hinaus und wurde zu einer persönlichen Mission, denen, die Unterstützung auf ihrem Weg benötigten, beizustehen. Ohne zu zögern organisierte Philippe eine spezielle Zeit, damit Thomas und Lukas an den Tagen, an denen er seine Mentorenzeit in der Klinik verbrachte, dorthin kommen konnten. Die Absicht war, dem Kind eine besondere Behandlung zukommen zu lassen und gleichzeitig Thomas' Anleitungen zur Pflege zu geben. An einem Unterrichtstag nahm Philippe Thomas beiseite und sagte ernsthaft. Sieh mal, Thomas, ich möchte deiner Familie helfen. Eure Geschichte hat mich zutiefst berührt. Der Lehrer teilte detailliert seine Absichten und Pläne mit, um nicht nur dem Schüler, sondern auch seiner Familie angesichts der Herausforderungen, denen sie gegenüberstanden, Unterstützung zu bieten. Philippe drückte seinen aufrichtigen Wunsch aus, eine konstante und bedeutungsvolle Unterstützung im Leben von Thomas und seiner Familie zu sein. Als Thomas von dieser Gelegenheit erfuhr, war er sprachlos. Tränen der Rührung traten ihm in die Augen, denn er verstand die Exzellenz der Fachleute in der Klinik und begriff den Wert von Professor Philippes Angebot. Aber Philippe hörte dort nicht auf. Neben der Unterstützung in der Klinik bot er Thomas eine Mitfahrgelegenheit an, da er wusste, dass die Dinge für den jungen Mann schwierig waren. Mit dieser Freundlichkeit erleichterte Philippe Thomas ein wenig die Last, erleichterte ihm den Weg zur Hochschule und zeigte eine aufrichtige Fürsorge jenseits der akademischen Verpflichtungen. Diese so bedeutende Hilfe veränderte die Dynamik der Dinge, und im Laufe der Tage wurde der Alltag der Familie durch diese Veränderungen und Unterstützung leichter. Ihre Hoffnungen und Energien wurden wiederhergestellt. Auch der kleine Lukas begann eine überraschende Verbesserung seiner Bewegungen zu zeigen. Seine Muskeln, die einst durch Muskeldystrophie schwach und eingeschränkt waren, reagierten nun unerwartet auf die Reize. Es war, als ob ein neuer Lebenshauch in seinen Körper eingehaucht worden wäre, und die Gesundheitsfachkräfte, die ihn begleiteten, waren wirklich beeindruckt von der Schnelligkeit und dem Ausmaß dieser Veränderung. Thomas war fest davon überzeugt, dass die Verbesserung seines geliebten Bruders Lukas nicht nur auf die Therapien und medizinischen Behandlungen zurückzuführen war. Für ihn wirkte etwas viel Größeres und Transzendentes im Leben seines geliebten Bruders. Angesichts dieser unerwarteten Wendung beschloss Lukas, Mutter, die Untersuchungen ihres Sohnes zu wiederholen, um zu bestätigen, was ihre Augen kaum glauben konnten. Jeder Test, jede sorgfältige Analyse versuchte zu verstehen, was geschehen war, wie sich diese außergewöhnliche Veränderung in der Gesundheit ihres Sohnes erklären ließ. Thomas war auf dem Heimweg nach einem weiteren Tag an der Hochschule, als er einen bewegenden Anruf von seiner Mutter erhielt. Sie konnte ihre Freude kaum zurückhalten, als sie erzählte, dass Lukas plötzlich Anzeichen von Genesung zeigte. Die Mutter sagte weinend, Thomas, dein kleiner Bruder ist geheilt. Die zunächst skeptischen Ärzte angesichts der plötzlichen Genesung wären verblüfft über das Fehlen jeglicher Anzeichen der Krankheit in den neuen Untersuchungen. Die genetischen Marker, die mit der Muskeldystrophie in Verbindung stehen, wären nicht vorhanden, und die Muskel- sowie neurologischen Tests würden eine gesunde und normale Funktion von Lukas' Körper zeigen. Als er nach Hause kam, umarmte Thomas Lukas und seine Mutter mit aller Kraft der Welt. Sie hatten ein Heilungswunder erlebt. Die Nachricht verbreitete sich schnell unter Freunden, Verwandten und sogar in der Universität. Es war ein Moment der Feier und Dankbarkeit, ein Ereignis, das nicht nur das Leben von Thomas, sondern von allen, die die Geschichte der Familie kannten, berührte. Am nächsten Tag, als Thomas das Klassenzimmer betrat, bemerkte Professor Philippe die strahlende Freude in seinem Gesicht. Als er von der unglaublichen Wendung in Lukas' Gesundheitszustand erfuhr, zeigte der Professor seine aufrichtige Freude und freute sich ebenfalls mit Thomas über das Wunder, das in seinem Leben geschehen war. Es war ein Moment der Hoffnung und Erneuerung. Thomas setzte danach sein Physiotherapiestudium fort, weil er sich in das Fach verliebt hatte. Er hatte darin seinen Beruf und das gefunden, was er für den Rest seines Lebens tun wollte. Der unermüdliche Einsatz, der Glaube und die Hoffnung von Thomas in Bezug auf seinen jüngeren Bruder Lukas waren ein Zeugnis bedingungsloser Liebe. Alles, was berichtet wurde, lädt uns dazu ein, über die Bedeutung von Familie, Gemeinschaft und gegenseitiger Unterstützung in Krisenzeiten nachzudenken. Es erinnert uns auch daran, dass es selbst in den herausforderndsten Situationen immer Raum für Hoffnung und Glauben an das Außergewöhnliche gibt. Und Sie, haben Sie schon einmal ein Wunder oder etwas Außergewöhnliches erlebt, das den Lauf Ihres Lebens verändert hat? Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, bitte geben Sie einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Ich ermutige Sie auch, einen Kommentar mit einer Bewertung von 1 bis 5 zu hinterlassen, um zu zeigen, wie sehr Ihnen die Geschichte gefallen hat. Vergessen Sie nicht, auch das Video anzusehen, das jetzt auf Ihren Bildschirmen angezeigt wird. Auf Wiedersehen!